Oh mein Gott, er ist so lustig. Oh, ich habe gerade die süßeste Nachricht bekommen. Gibt's nicht. Schau, Chris hat mich gerade um ein Date gebeten. Was? Neidisch? Warte. Schau dir das an. Chris hat auch mich um ein Date gebeten. Wie kann er mir das antun? Männer, das muss doch ein Versehen sein. Ich weiß, warum sollte er dich um ein Date bitten? Nur eine von uns kann Chris daten, okay? Okay, und das werde ich sein. Ja, klar. Das werden wir ja sehen. Ich werde Chris richtig umhauen. Ich kann das Spiel auch spielen. Ich wollte diesen Lippenstift tragen. Oh, wie schade. Kein Problem. Ich liebe diese Ohrringe. Haben mir sowieso nicht gefallen. Die hier sind viel schöner. Red dir das nur ein. Ich hole meine Tasche. Ich auch. Hm, diese hier. Das soll wohl ein Scherz sein. Sieht sowieso billig aus. Diese Jeans sehen toll aus. Die gehören aber mir. Nein, tun sie nicht. Lass los. Lass los. Ich habe sie zuerst gesehen. Hör auf. Zwing mich nicht. Oh. Schau, was du angerichtet hast. Hm. Du kannst sie haben. Viel Glück. Aber, aber... Was mache ich denn jetzt? So kann ich die nicht tragen. Es sei denn, ich muss sie noch mehr zerreißen. Dann stecke ich meine Arme durch die Beine. Und dann meinen Kopf durch den Riss. Genau so. Jetzt ziehe ich sie runter. Wow, das sieht toll aus. Zeit zum Gehen. Nicht so schnell. Sieht gut aus. Was? Ich gebe es zu. Ich bin beeindruckt. Aus dem Weg. Chris? Mit wem ist der da? Oh, hey Mädels. Oh, Zwillinge. Lass uns das Ganze vergessen. Nach dir. Hey Lilly. Jetzt ist die perfekte Zeit. Als ob ich den Geburtstag meiner besten Freundin vergessen würde. Oh, das ist so süß von dir, Lilly. Mach auf. Oh, ich liebe diese Farbe. Das ist super süß. Danke. Ja, probier es mal an. Oh, die ist ziemlich cool, oder? Ich finde, die passt zu meiner Wasserplasche. Oh Gott. Oh, ist die Hose echt gerade gerissen? Oh Mann. Ähm, alles in Ordnung bei dir? Hoffentlich hättest du das nicht gehört. Warte. Ich glaube, ich weiß, wie man das beheben kann. Bin gleich wieder da, ja? Zuerst faltest du deine Hose so. Und dann schneidest du sie so auf. Wieder aufklappen und umdrehen. Gefällt's dir? Wow, schönes Shirt. Ähm, warum kommt mir das Teil denn so bekannt vor? Das war doch nicht die Jogginghose, oder? Ich warte nur auf Mindy. Oh, da ist sie ja. Muss auflegen. Hey, wie geht's dir? Wollen wir los? Hä? Ich kann nicht aufstehen. Seltsam. Nun, Mist, das ist nasse Farbe. Nein, das Schild habe ich nicht gesehen. Warum musste mir das passieren? Ich kann nicht aufstehen. Ich klebe an der Bank. Das passiert öfter, als man denkt. Was mache ich jetzt? Moment. Habe ich Farbe benutzt? Oder Kleber? Äh, ups. Einfach so tun, als wäre nichts. Das bringt nichts. Ich bleibe hier. Warte, vielleicht kann ich dir helfen. Hm, ich dachte, das würde funktionieren. Sieh stärker. Komm schon, runter von meiner Bank. Uh, was für ein Workout. Oh, das war anstrengend. Was du nicht sagst. Wie sieht das aus? Sag mir die Wahrheit. Schlimm, oder? Ach, total. Warte. Ich kann das retten. Ich brauche nur ein paar Sachen. Ich nehme das. Das waren meine Lieblingsjeans. Okay, an die Arbeit. Vertrau mir. Ich sprühe einfach Farbe über deine Jeans. Und benutze Schablonen. Das wird toll aussehen. Noch ein paar Linien weiter. Oh, das wird hier richtig toll aussehen. Ich sollte echt Designer werden. Das sollte hier unten reichen. Nun zur Vorderseite. Dieses Stück Pappe verhindert, dass Farbe auf deine Haut gelangt. Du solltest mich dafür bezahlen. Ha. Okay, nur noch ein paar Details. Das war's. Fertig. Wie findest du's? Wow, die sehen großartig aus. Ich kann nicht glauben, dass ich eine personalisierte Jeans habe. Du bist ein Genie. Dafür sind Freunde doch da. Okay, lass uns gehen. Äh, wo ist meine Farbe? Sie muss doch irgendwo hier sein. Puh, die darf ich doch nicht verlieren. Oh oh, ich hab gerade einen großen Fehler gemacht. Oh, ich hab diese faule Tage sowas voll nötig. Ich hab jegliches Zeitgefühl verloren. Oh, mein Telefon. Äh, der, der holt mich in fünf Minuten ab. Aber so kann ich doch nicht rausgehen. Mann, könnte ich noch schlimmer aussehen? Äh. Ist das sauber? Ne, ein klares Nein. Och. Und was ist mit den Sachen hier? Pink ist immer eine gute Farbe. Ja, ich glaub, ich hab einen Gewinner. Naja, bei näherer Betrachtung ist dieses Ding nicht schmeichelhaft. Das ist ja zwei Nummern zu groß. Aber es muss funktionieren. Och. Naja, rein damit. Wenigstens kann man jetzt meine Figur sehen. Ähm, ja, vielleicht zu viel davon. Ach, schau dir doch diesen Stoffwulst an. Oh Mann. Vielleicht sollte ich was Neues ausprobieren. Krempler dein Shirt so hoch. Mach weiter, bis du ungefähr hier ankommst. Dann steck es vorsichtig ein. Keine Wulst mehr. Ja, das Bräuchlein ist schön glatt. Ich muss nur noch meine Schnürsägel binden. Hm. Ich sollte diesen Kaugummi wahrscheinlich wegwerfen. Ich lege ihn erstmal hier hin. Oh, jemand schreibt mir. Oh mein Gott. Dieses Workout war so hart. Stopp. Nein, ich habe Stopp gesagt. Warum hörst du nicht? Wo liegt das Problem? Was ist? Was ist los mit dir? Ist das Kaugummi? Habe ich in Kaugummi gesessen? Warum lässt du dein Kaugummi immer überall rumliegen? Was soll ich jetzt mit dieser Hose machen? Aber weißt du was? Du bringst sie in Ordnung. Okay. Obwohl ich nicht weiß, wie ich den Kaugummi abbekomme. Irgendwann heute, bitte. Ach, das ist lächerlich. Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Da muss es doch was geben. Warte eine Sekunde. Ich habe eine Schere dabei. Auf keinen Fall. Ich will kein Loch in meiner Hose haben. Warte es ab. Vertraue mir einfach. Hab keine Angst. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Versprochen. Ich zerschneide jetzt deine Hose. Und fertig. Ich habe nur den Bereich mit dem Kaugummi abgeschnitten. Ja, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Schau mal, probiere es an. Ähm, okay. Was soll ich damit machen? Beruhige dich und dreh dich um, bitte. Siehst du? Steck sie einfach rein. Ha, das ist tatsächlich niedlich. Ah, aber ich habe immer noch keine Hose. Hier, du kannst meine Jeans haben. Du siehst super süß aus. Puh, ich bin so froh, dass das geklappt hat. Hey, hoffentlich haben alle ihre Tanzschuhe an. Ähm, von wem ist der denn? Oh, das war ein Unfall. Ja, die Schuhe, die passen nicht ganz. Ach, das lässt sich leicht beheben. Wofür ist denn der Schal? Schau einfach zu, okay? Zieh ihn unter deinem Schuh durch. Und dann wickle das Ganze um deine Knöchel. Gut zubinden. Und perfekt. Boah, ist das süß. Schau dir meine neuen und verbesserten Tanzschuhe an. Jetzt können wir feiern und sicher sein. Oh, ich liebe das so sehr. Ich wünschte, ich könnte nur von Schokolade leben. Oh, und Eiscreme natürlich. Wow, das ist eine Menge Junkfood für eine Person. Was machst du da? Das ist alles purer Zucker. Wenn du weiter so isst, wirst du nicht mehr lange so aussehen. Ich schätze, du hast recht. Aber wäre das so schlimm? Yes, endlich habe ich all die Schokolade, die ich immer wollte. Uff, das will ich nicht für mich. Ich muss auch anfangen zu trainieren. Keine Jogginghosen mehr für mich. Irgendwo hier drin muss doch Trainingskleidung sein. Mist, das ist das einzige Paar, das ich finde. Und was stimmt damit nicht? Ich meine, schau sie dir an. Die ist nicht gut. Ich bin mir sicher, du kannst etwas tun, damit sie wie meine sind. Das ist eine echt gute Idee. Ich lege sie schön flach hin. Und dann brauche ich eine Schere. Zeit, sie zuzuschneiden, damit sie kürzer wird. Ich mache es schön langsam. Der Schnitt soll gerade sein. Genauso, komplett beide Beine entlang. Perfekt, sie ist bereit zum Anprobieren. Wow, sie passt wirklich gut. Und sie ist niedlich. Gut gemacht, die sieht toll aus. Danke, lass uns joggen gehen. Die sehen echt toll hier aus. Jeder liebt Wassermelone. Und meine Party bekommt ein tropisches Feeling. Ich öffne die Vorhänge. Ich glaube, das war's. Sieht toll aus. Moment. Fast hätte ich was vergessen. Meine Wassermelone. Sie ist echt hübsch. Ich nehme sie mit ins Wohnzimmer. Wow. Warum ist die Welt so grausam? Was mache ich denn jetzt? Oh, ich hab's. Der Laden ist beschlossen. Aber ich brauche eine Wassermelone. Ich finde meine eigene. Hm. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht habe ich hier mehr Glück. Oh, das war wirklich keine gute Idee. Endlich. Leckere Wassermelonen. Oh Mist, mein T-Shirt. Naja, das ist jetzt erstmal unwichtig. Oh, Moment. Ich hab keine Tüte zum Tragen. Aber vielleicht brauche ich auch keine. Wenn ich noch ein paar Löcher in mein T-Shirt mache, kann ich es ja benutzen. Es ist ja sowieso schon ruiniert. Okay, das sollte reichen. Ich ziehe es aus und drehe es um. Dann mache ich einen Knoten. Das sollte reichen. Die Wassermelone müsste hier reinpassen. Und ich kann sie nach Hause tragen. Genau, was ich brauche. Los geht's. Wir sind wieder sicher zu Hause angekommen. Und ich lege die Wassermelone genau hier hin. Das war echt nützlich. Hey, ist das eine Wassermelone? Oh, ich will auch ein Stück. So saftig. Hm, ich liebe es. Bist du bereit für Yoga? Und Play. Ja, das sollte nicht allzu schwer sein, oder? Ja, jetzt wird's schon ein bisschen kniffliger. Aber wir sind ja absolute Profis. Vergiss das Atmen nicht. Streiche nun deinen Oberkörper. Äh, mach ich das richtig? Und hoch geht's. Oh, dieses Shirt ist ziemlich locker. Komm schon, bleib doch oben. Boah, das kitzelt mein Gesicht. Alles in Ordnung, Betty? Hey, ich höre jedem das Seine. Das war's. Das halte ich nicht mehr aus. Mann, das Shirt ist schrecklich. Aber vielleicht kann ich das beheben. Nimm beide Enten und kreuze sie. Dann steck sie ineinander. Siehst du? Hey, was hast du denn mit deinem Schiff gemacht? Das sieht toll aus. Oh, die nächste Pose. Das ist eine geniale Optimierung. Finde jetzt deine Mitte. Bis zum nächsten Mal. Zeit, den Müll rauszubringen. Ich bin so müde. Ich brauch einen Faulenzer-Tag. Das stinkt total. Oh nein, das ist Chris. Er darf mich doch so nicht sehen. Ich sehe aus wie Müll. Ich muss mir schnell was einfallen lassen. Warum musst du ausgerechnet da sitzen? Ich verstecke mich hier, bis er weg ist. Komm schon, Chris. Geh einfach. Oh nein, er läuft in meine Richtung. Was mache ich denn jetzt? Es gibt nur eine Lösung. Was? Das kann ich ja nicht glauben. Bin schon auf dem Weg. Autsch. Jetzt sehe ich echt aus wie Müll. Aber wenigstens habe ich mich nicht blamiert. Nein, keine gute Idee. Komm schon, denk nach. Irgendwas muss ich doch tun können. Vielleicht kann ich etwas Abfall benutzen. Verzweifelte Zeiten fordern verzweifelte Maßnahmen. Ich meine, so schlimm ist es doch nicht. Was? Was? Das kann ich nicht glauben. Äh, alles okay, Bro? Äh, ja. Äh, hau ab. Warte, kenne ich dich? Luna? Hi, Chris. Was machst du da? Du siehst aus wie ein Penner. Du musst nicht so gemein sein. Du bist echt ein Loser. Er ist so gemein. Nein, so schwer kann das doch nicht sein. Oh, wie nervig. Oh, hallo. Was zum? Ich brauche dein Kleid. Wir können tauschen. Du hast schon einen Schuss. Ew. Ich dachte, das wäre ein guter Deal. Ach. Moment. Ich glaube, ich habe es. Ich nehme einfach die Arme aus den Ärmeln und ziehe sie durch den Kragen oben. Dann binde ich die Ärmel vorne und binde sie dann um meinen Hals. Das ist echt süß. Oh, meine Haare. Schon besser. Was? Das kann ich ja nicht glauben. Bin schon auf dem Weg. Äh, Chris? Hey, komm zurück. Oh, hi. Was geht? Hey, Luna. Du siehst toll aus. Schön, dass dir das auffällt. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr so geschwitzt. Hatte ich nicht ein Shirt hier drin gelassen? Alana? Hast du mal ein Shirt gesehen? Ich schwöre, ich habe es hier reingelegt. Hat das jemand genommen? Ich könnte ja was da draus tragen. Ich schaue mal nach. Oh. Oh, da ist ja eine Menge drin. Und als erstes? Wer trägt denn sowas überhaupt? Oh, das will ich gar nicht wissen. Naja, Rot steht mir, oder? Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Alana? Äh, ist das nicht ein Männerhemd? Nee, das ist seltsam. Und jetzt? Hey, was ist mit meinen Haardummis? Ich weiß. Verbinde alle Knöpfe so. Das hat einen raffenden Effekt. Und dann die Arme hochkrempeln. Alana? Was? Wow, das ist ja ein ganz neues Hemd. Ich werde dir das kleine Geheimnis verraten. Na, bin ich das? Oh, ein Outfitwechsel wird sich ändern. Okay. Das ist besser, meinst du dich auch? Da geht nichts über ein besseres Outfit. Hey, wie hat Jack das denn gemacht? Ich frage mich, ob ich das auch kann. Alles, was ich tun muss, ist aufs Bett fallen, stimmt's? Ah! Ich muss nur kurz an meinem Spinn vorbei. Oh, er ist so süß. Bye, bye. Wir sehen uns später, süßer. Ach du meine Güte, er ist da drüben. Hi. Er hat mich nicht mal bemerkt. Das ist nicht fair. Oh, weint sie da drüben? Macht sie. Ob ich da wohl was tun kann? Ich weiß, dass sie in Jared verknallt ist. Weißt du was? Ich werde mit dir reden. Hey, weinst du etwa wegen Jared? Schau mal, ich glaube, ich kann dir helfen, seine Aufmerksamkeit zu erreden. Das ist richtig. Nimm meinen Armreif und mach genau das, was ich dir sage. Okay, das kann ich machen. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Na gut, zuerst muss ich mein Knopfhemd ausziehen. Und dann sagte sie, dass ich es verkehrt herum anziehen soll. Okay, das habe ich geschafft. Jetzt kommt der Armreif. Dieser Teil könnte ein bisschen knüffig werden. Ich muss die beiden Enden hinter mich nehmen und durchstrecken. Dann muss ich ziehen, bis es schön fest sitzt. Jetzt muss ich die Enden vorne noch zuknöpfen. Und ich falte es einfach runter, dass man es nicht sehen kann. Perfekt. Jetzt die Brille abnehmen und die Haare aufmachen. Okay, ich glaube, ich bin bereit, meinen neuen Look zu zeigen. Wow, wer zur Hölle ist das? Sie ist unglaublich. Hey, ich habe dir diesen Bären gekauft, weil ich weiß, dass du Bären magst. Was zur Hölle? Wo kommen diese Typen her? Manchmal ist es ein ganz normaler Tag. Ach, der aber in Sekundenschnelle falsch abzweigt. Boah, das ist übel. Ja, super gemacht, Betty. Das Shirt ist brandneu. Mann, das soll doch wohl ein Witz sein. Ja, hilf, ist unterwegs, Lilly. Halt das mal. Was mache ich denn jetzt? Ach, ich habe keine Zeit, mich umzuziehen. Außer... Na, ich kann doch selbst was gestalten. Öffne den übergroßen Schall und wicke ihn um deine Teile. Benutze das Gummiband, um ihn zu fixieren. Achte darauf, dass er festsitzt. Sobald alles festsitzt, nimmst du die hinteren Ecken in beide Hände. Binde dann die Fransen um den Knoten. Wenn das erledigt ist, dreh das ganze Teil um. Strick jetzt deine Arme durch die Ärmel. Und einfach so hast du ein brandneues Oberteil. Ach, ich gehe jetzt besser zum Unterricht. Oh Mann, diese heißen Sommertage sind echt kein Witz. Oh, ich schwitze hier drin wie ein Schwein. Warum habe ich denn keine Wohnung mit Klimaanlage? Puh. Puh. So... Das ist besser. Ach, dem mache ich was vor. Ich schmelze. Okay, ich schaffe das. Aber meine Kehle ist ganz trocken. Es ist wie eine Wüste in meinem Mund. Warte, ich habe doch kalten Saft im Kühlschrank. Dieser Saft wird mich retten. Süße, gekühlte Erleichterung. Was war das denn? Ein Nagel? Wie ist der denn überhaupt dahin gekommen? Mann, das Shirt ist brandneu. Was für ein Pech. Aber vielleicht kann ich es ja noch retten. Ja, das braucht nur ein bisschen Handarbeit. Hat dein Shirt ein Loch, dann schneidest du einfach ab. Und zwar in einer geraden Linie über dem Loch. Dann leg die obere Hälfte beiseite. Schneide dann so in den Streifen. Das ist perfekt. Benutze das Ganze als Krawatte für dein Oberteil. Steck es durch und binde es zu einer Schleife. Achte darauf, dass sie festsitzt. Ziemlich süß, oder? Und perfekt für dieses heiße Wetter. Ich frage mich, wo mein Date bleibt. Kein Problem. Dann nutze ich die Zeit, um dieses bezaubernde Outfit festzuhalten. Du bist zu Hause. Oh, ich will alles sehen, was du gekauft hast. Diesen Rock kann ich mit allem tragen. Meinst du nicht? Ich zeig's dir mal. Siehst du, der passt sogar zu dem Shirt, das ich gerade trage. Oh, der sieht richtig gut aus an dir, Sophia. Ähm, hast du beim Shoppen vielleicht auch noch einen Gürtel gekauft? Äh, oh je, das ist nicht Teil des perfekten Looks. Ja, du hättest ihn vorher vielleicht anprobieren sollen. Aber vielleicht kann ich was daraus zaubern. Also, wenn ihr Hosen oder Röcke habt, die zu locker sind, steckt den Knopf durch die erste Gürtelschleife und schließt ihn so. Ja, man braucht nicht mal einen Gürtel. Ach, du bist doch echt ein schickes, schlaues Mädel. Etwas sagt mir, dass Amy ihn bald ausleihen wird. Du sitzt zu Hause fest. Warum dann nicht ein bisschen online shoppen? Oh, wie schick sind die denn? Ui, aber schon ein bisschen teuer. Ja, aber das Lilan ist echt süß. Mal sehen. Och, wer hat denn überhaupt so viel Geld? Was dagegen, wenn ich hier bügel? Heute ist großer Waschtag. Ich brauche ein bisschen Kleingeld. Davon kann ich mir nicht mal einen Ärmel leisten. Was? Das hatte doch vorher keine Verfärbung. Ja, sieht aus wie die Arbeit von Gleichmitteln. Mensch, was mache ich denn bloß? Aber warte eine Sekunde. Bettys Bleichmittel. Glaubst du, das könnte wie Batik-Färbung aussehen? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Nimm ein farbenfrohes Kleidungsstück. Und dreh es dann mit einer Gabel ein. Spann ein paar Gummis drumrum. Dann sprühe ich ein bisschen Bleichmittel drauf. Nach ein paar Minuten wirst du sehen, wie sich die Dinge ändern. Schneide die Gummibänder ab und schau dir deine Kreation an. Wow, nicht schlecht. Keine langweiligen Sweatshirts mehr. Ja, warum ein Vermögen ausgeben, wenn du es selber machen kannst? Mit guter alter Bleiche. Ich krieg das Zeug nicht raus. Hey, ist das mein Gleichmitteln? Dreh dich mal um. Boah, das sieht echt toll aus. Danke. Denkst du, das könnte helfen? Die Schule ist schon hart genug. Da will man sich nicht auch nur mit plötzlichen Problemen herumschlagen müssen. Ah! Kohle auf meinem T-Shirt. Du willst mich wohl fertig machen? Der Tag hat gerade erst begonnen und ich bin schon sauer. Dieses Mädchen wird dafür bezahlen. Was hast du über mich gesagt? Äh, nichts. Ich tanze hier nur ein wenig. Das habe ich mir gedacht. Ich kann das schnell beheben. Ich habe ein Stück Zeit für dabei, nur für diesen Fall. Ich muss weiter. Hab einen schönen Tag. Bei manchen Mädchen dreht sich alles um Accessoires. Was ist ein Outfit ohne ein bisschen Glanz? Hallo Mädels. Äh, wo ist denn all dein Bling? Bist du allergisch dagegen oder sowas? Also, das ist ein bisschen unangenehm. Ich habe keine lustigen Accessoires. Ja, da braucht man kein Detektiv zu sein, um das zu sehen. Aber vielleicht können wir helfen. Danke uns später. Haargummis? Aber meine Haare sind doch zusammengebunden. Die sind für dein Shirt, Dummerchen. Oh, jetzt verstehe ich. Würdest du deinen Nuck ein bisschen aufpeppen? Heb dein Shirt hoch und knote es so zusammen. Sobald du das auf beiden Seiten gemacht hast, zieh es runter und steck es unter. Niedlich, oder? Das ist schön. Mann, das haben wir noch nie so getragen. Tja, und wer hat jetzt den Trend gesetzt? Selfie! Ich muss dieses Strahlen einfach einfangen. Tschüss! Jetzt kommen die Likes. Wo sind all die süßen Klamotten? Oh mein Gott. Bleib ruhig, mein Herz. Das perfekte Outfit. Es ist wunderschön. Ich muss es haben. Nein, ich verdiene es. Dieses Teil ist alles, was ich je haben wollte. Du kommst mit mir nach Hause. Warte, es hängt. Stopp! Das gehört mir. Ich kann das den ganzen Tag machen. Ach ja? Ich habe Ausdauer für Tage. Ich hab's zuerst gesehen. Es gehört mir. Nein, das ist meins. Ich will es. Ein deutschiger Sieg. Ja, ich habe gewonnen. Wie ich schon sagte. Es ist noch nicht vorbei. Ich krieg dich das nächste Mal. Wann immer du willst, ich werde da sein. Jetzt kann ich meine Beute genießen. Ich verschwinde hier. Der wird toll an mir aussehen. Oh nein, er ist zu groß. Haha, du hast einen Rock gewonnen, der dir nicht einmal passt. Das ist unfair. Er muss passen. Es muss einen Weg geben, dass er passt. Warte, vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Ja, ich kann diese Haarklammer nutzen. Ich falte den Extrastoff einfach. Und achte darauf, dass es ordentlich aussieht. Dann sichere ich ihn mit der Haarklammer. Perfekt. Nur noch drehen und fertig. Noch im Spiegel schauen, dass er auch gut sitzt. Oh ja, das sieht toll aus. Man sieht nicht mehr, dass er eigentlich zu groß ist. Dieser Rock ist einfach perfekt. Ich liebe ihn. Bäh, dieser Rock ist perfekt. Ich liebe ihn. Bäh. Schade für dich, dass ich gewonnen habe. Mach's gut. Und ein schönes Leben. Oh, eines Tages erwische ich sie. Ist mir heute eher nach grün oder nach pink? Definitiv pink. Wenn du mich brauchst, ich fülle meine Haare so viel. Oh, ich muss mich vereilen. Ich sollte diese Falten noch schnell glätten. Ich will im Unterricht ja nicht total unordentlich aussehen. Wo ist denn der ganze Dampf hin? Ich hab's doch eingesteckt. Aber es ist überhaupt nicht heiß. Sophia, wir müssen in fünf Minuten los. Das blöde Bügeleisen ist kaputt. Nutzen wir doch einfach die Hitze von woanders. Wenn auch du kein Bügeleisen zur Hand hast, föhne einfach deine angefeuchtete Kleidung. Ja, das funktioniert. So. Das Ding wird innerhalb von Minuten faltenfrei sein. Seht ihr? Genau so. Je feuchter der Stoff, desto länger dauert das Trocknen. Fertig. Danke für die tolle Idee, Amy. Und so schnell sind diese Mädels bereit, loszugehen.